Heute bleibt keiner zu Haus, heute Nacht gehen wir aus, heute feiern wir ganz groß, denn im Huraclub ist was los. Ja, im Huraclub ist was los. Guck mal, wäre das nicht ein schöner Janker für dich? Und sie haben ihn auch in 62. Vier Waagrechts. Das ist sicher ein dankbarer Stoff. Schwierig. Du könntest ihn auch im Bundestag mal anziehen. Hä? Also jetzt lass mich, ich habe im Augenblick Wichteres im Kopf. Kanzler der Wiedervereinigung mit vier Buchstaben. Ich. I-C-H. Das passt nicht, warum? Warum passt das jetzt nicht? Du, doch Helmut, du bist gemeint. Du? Du? U? Passt doch nicht. Ich sprach ein Buchstaben mehr, nicht ein weniger. Doch, die meinen dich. Dies? Das passt. D-I-C-H. Für Buchstaben. Passt ganz genau. Also, handel du, wenn ich dich nicht hätte. Wo waren die jetzt? Ja.